Seid ihr zusammen, ihr? Seid ihr zusammen, ihr? Er musste warten. Er musste warten. Na, mein Papa muss warten. Und deswegen hat er gesagt, hoffentlich verweigert ihr auch, dann kommen wir nach Hause. Ist vorgestern nur vom Pferd gefahren, Becken geprellt, war im Krankenhaus. Nein. Was für ein Sport? Sporen. Ach, Sporen. Seitdem geht es ja auch nur noch Füßball. Ich habe ihre Sitzekommen. Ja, das ist ja gut.